Hallo und herzlich Willkommen. Ich stelle Dir nun im Folgenden ein paar Fragen und gebe Dir nach jeder Frage immer 10 Sekunden Zeit, damit Du sie in Deinem Geist für Dich beantworten kannst. Die Fragen werden Dir helfen, Dich auf den Moment zu konzentrieren und vielleicht ein wenig besser zu verstehen, worauf es bei Dir im Leben ganz persönlich ankommt. Wenn es etwas zu schnell gehen sollte, kannst Du das Video jederzeit nochmal hören. Stell Dir vor, Du stehst zusammen mit mir auf einem kleinen Waldweg. Wir gehen ein Stück miteinander. Es ist ein angenehmer Sommertag. Mach die Augen zu und atme die warme, herrliche Sommerluft tief ein und genieße die wunderschöne Umgebung. Entspanne Dich. Komm, folge mir, lass uns ein Stück gehen. 10 Sekunden für jede Frage. Was machst Du gerne? Nenne mir drei Dinge, die Dich zum Lächeln bringen. Wer macht Dich am glücklichsten? Wenn Du alles auf der Welt sein könntest, was wärst Du dann? Wenn Deine Freunde Dich beschreiben sollten, was würden sie sagen? Was sind drei Dinge, die Du mehr tun solltest? Wofür bist Du dankbar? Nenne drei Stichpunkte, mit denen Du Dein ideales Leben beschreiben würdest. Welche drei positiven Dinge solltest Du anfangen zu tun? Wie kannst Du Dein Glück noch steigern? Fallen Dir drei Dinge ein, die Du nicht mehr tun solltest? Was möchtest Du mit in die Zukunft nehmen? Wenn Du einen Moment nochmal erleben könntest, welche wäre das? Gibt es etwas, das Du ändern musst, weil es Dich vielleicht zurückhält? Wo in Deinem Leben kannst Du hinsehen und noch mehr Verantwortung übernehmen? Welchen Rat würdest Du Deinem zukünftigen Ich geben? Und das war's schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, die Fragen haben Dich etwas inspiriert. Schreib uns doch gern Deine Erfahrungen darüber in die Kommentare. Wir freuen uns! Gerne kannst Du uns auch auf unserer Internetseite immerwelt.org besuchen. Alles Gute! Ein Untertitelung des ZDF, 2020